Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht erschrecken. Moin! Heute an der Uni Hamburg und ich errate eure Studiengänge. Let's go! Psychologie? Nein, auch nicht. Katholische Religion? Auch nicht. Jura? Richtig. Ja! Auch nicht. Sport? Das könnte man denken, ne? Nee, auch nicht. Biologie? Auch nicht. Lehramt? Auch nicht. Jura? Ja. Yay! Ähm, Medizin? Nee. Sport? Ja, ist richtig. Ja! Religion? Nee. Du studierst Physik? Nee. Lehramt? Falsch. Wirtschaftsingenieur? Tatsächlich. Yay! Politik? Nee. Geschichte? Nein, aber... Aber Wärme. Wärme, Geschichte, äh... Religion? Nein. Nee. Oh, ich bin so schlecht. Sprachwissenschaften? Ja. Wirtschaftswissenschaften? Grote Hälfte. Mathe? Nee, auch nicht. Informatik? Nee, auch nicht. BWL? Nee. Vivi? Nein. Auch langweiliger. Nein, Spaß. Scherz. Jura? Ja, richtig. Ja! Oh, BWL? Nee. Auch nicht. Was gibt's noch? Wirtschaftsingenieurswesen? Sehr heiß, sehr heiß. Oh, sehr heiß. Physik? Nee. Politik? Nee. Bildungswissenschaften? Erziehungswissenschaften. Erziehungswissenschaften! Informatik? Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik! Oh Gott, das hat viel zu lange gedauert.